Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Infinity Light. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich würde sagen, wir gucken uns einmal an, was wir hier oben noch produzieren können. Wir haben hier auf jeden Fall mehr als genügend Sand, wir haben ein bisschen was an Silikon dabei und am Start, das ist auch schon mal schön und wir brauchen auf jeden Fall immer relativ viel von dem Silikon Zeugs und auch Glas, wird auch immer gerne mal benötigt und packen wir einfach mal mit rein, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Ansonsten wollten wir in dieser Episode so ein bisschen umziehen, muss ich gestehen, das bedeutet, ich wollte einmal alles, was wir hier oben drin haben, nach unten packen, sodass wir definitiv einen deutlich besseren Überblick darüber haben, was wir an Rohstoffe haben, was wir an Rohstoffe brauchen und so weiter und so fort. Und dann wird nach und nach, wird dann auch meinetwegen dieses Refined Storage Network abgegradet. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier 79% Fuel, das wird aber auch nichts passieren, also wir gucken gleich mal, was wir dann an Fuel insgesamt haben und so weiter und da gucken wir gleich einfach mal drauf. Wir haben auch hier noch mehr als genug, das können wir alles nehmen, können wir alles mitnehmen, das ist alles überhaupt kein Problem, das kann alles jetzt in das Refined Storage, Hauptsache, das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall Strom haben. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir da entsprechende Speicherzellen auf jeden Fall bereitstellen und nochmal gucken, wie wir das Ganze am besten machen. Und vielleicht werden wir einmal irgendwo zur Verfügung, einmal nebenbei nochmal irgendwo auch nochmal eine aufgeladene komplette Speicherzelle irgendwo haben, nicht, dass wir doch mal irgendwann mal Probleme bekommen sollten mit dieser ganzen Thematik hier, das wäre einfach mal so richtig, richtig ärgerlich, muss man sagen. Aber so in der Form passt das auf jeden Fall, also ich bin ganz zufrieden. So, jetzt ballern wir da erstmal alles rein hier, was wir irgendwie sogar so inzwischen die Finger kriegen können. Und wie sieht es denn von der Auslastung her aus? Das hier ist mittlerweile 100% Fuel und hier sind wir jetzt bei, ja, gerade mal 316 von 190.000. Das muss man dazu sagen, das heißt, da ist auf jeden Fall echt eine ganze, ganze Menge. So, sehr schön, das haben wir fertig. Die Chest ist fertig. Aber die fehlt hier noch. Okay, Glass. Naja. Na gut, aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, das wird alles noch sehr viel weiter wachsen. Das ist alles noch sehr schön und in den Anfängen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Das heißt, wir konnten jetzt wirklich so richtig gut und vernünftig loslegen und die ersten, ja, das ist ein richtiger, das ist wirklich tatsächlich ein richtiger Fortschritt, dass ich jetzt wirklich anfangen kann, hier endgültig zu sagen, okay, gib mir das Zeug hier einfach und los geht's. Also, hier sollten wir vielleicht nicht abbauen, das wäre dann ein bisschen viel. Ja gut, so ein Remote-Tool haben wir leider noch nicht, also wir können noch nicht per Remote auf das System zugreifen, auch das kommt allerdings dann noch. Aber so für den Moment ist das sehr zufriedenstellend. So, wir können ja mal gucken, was haben wir noch hier drin? Gehen da jetzt hier alle, alle Ärzte eigentlich rein? Oh, weiß ich nicht, was hier damit los ist, okay. Ja, mal gucken. Also, die Kiste würde ich noch lassen, weil ich jetzt auch gerade noch nicht hundertprozentig weiß, wie das genau, wie das genau aufgebaut war. Und dann baue ich mir das Ganze dann gleich einmal so auf, wie ich das gerne auf jeden Fall haben möchte. Ich denke, damit sind wir auf jeden Fall 1% Fuel mittlerweile. Man sieht, und da sieht man dann halt natürlich, also klar, wir haben hier über 10.000 verschiedene Items halt natürlich. Also, das ist natürlich für mich als Spieler natürlich unfassbar schwer, das Ganze auch zu sortieren und halt natürlich auch entsprechend halt zu managen, diese 10.000 Items. Weil, sagen wir jetzt mal so, 1 Platz gleich 10.000 Items. Okay, das ist okay, solide, sehr solide. So, jetzt können wir eigentlich, was haben wir da noch? Also, wir müssen ja erstmal noch die ganzen Kisten natürlich noch wegräumen, das ist natürlich klaro. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ui. Na, da fehlt leider noch eins. Fehlt da noch. So, damit man das hier auch mal vernünftig dann auch entsprechend aufgeräumt hat. Ja, alles einmal einlagern entsprechend, sehr schön. Zack, zack, zubi. Oh ja, hier ist auch nochmal, das ist auch nochmal so ein richtig geiles, ähm, so eine richtig geile Kiste. Nämlich nicht, muss man sagen. So, und da werden sich dann auch entsprechend wirklich endlich mal dann auch die Items, ähm, ja, zusammenpacken halt, ne? Dass man dann halt auch wirklich, sagen wir jetzt mal so, auf einen Blick alle Items halt entsprechend halt so sieht. Und das ist, glaube ich, ähm, definitiv eine ganz coole Sache. So, nehmen wir das alles noch mit. Okay, hier ist auch noch voll. Okay, naja, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass wir diese ganze Folge dafür aufbringen werden müssen. Einmal hier wirklich mal so richtig Ordnung ins Chaos reinzubringen. Und dann sieht das, glaube ich, ähm, auf jeden Fall für die nächste Episode schon mal sehr, sehr gut aus. Und, ähm, da sind wir dann auch wirklich dann entsprechend auch mal ready für mehr. So, wieder eine Kiste weg. Auf jeden Fall haben wir ganz, ganz viel Watt und Flash. Da muss man natürlich nochmal gucken, was man damit machen kann. Ob man das irgendwo verarbeiten kann. Weiß ich jetzt nicht. Kommt, ist immer von Modpack zu Modpack her natürlich auch unterschiedlich. Also, ähm, ich meine, Industrial Foregoing hat er die Möglichkeit irgendwie so daraus irgendwie so Biofuel oder irgendwie sowas in die Richtung, ähm, herzustellen. Aus diesem Watt und Flash. Das wäre auch einfach eine coole Sache. Muss man ja definitiv so sagen. So, und, ähm, wie schon gesagt, wir haben es jetzt gesehen. Es ging jetzt auch relativ einfach. Und ich glaube auch persönlich, wenn wir jetzt noch weiterarbeiten mit Refined Storage, dann wird das auf jeden Fall auch, dann werden auch die Prozesse dann auf jeden Fall schneller werden. Dann wird man da auch entsprechend schneller, ähm, also natürlich auch andere Mods oder andere, ähm, sagen wir es mal so, andere Projekte, die jetzt hier in diesem, ähm, Let's Play halt so anstehen, werden natürlich schneller abgearbeitet. Zum einen das. Und zum anderen, was man auch noch mit dazu sagen muss. Das dann halt auch entsprechend, ähm, sagen wir es mal so, dann auch irgendwann diese Produktion. Ich meine, wir haben da jetzt, glaube ich, zwei Folgen dafür gebraucht. Dieses Hin- und Hergeschiebe von, mit dem Silicon und so weiter. Ähm, und ich denke mal, wenn dann erstmal so nach und nach die Prozesse halt natürlich optimiert sind und dann halt natürlich auch entsprechend stehen, dann wird es auch überhaupt kein Problem sein, dieses Netzwerk hier zu erweitern. Also wir haben jetzt, drei Prozent haben wir jetzt gerade mal hier Fuel. Also, das heißt, da ist eigentlich gar nichts. Also wir haben jetzt bisher 15.000 Rohstoffe eingelagert. Das ist wirklich nichts. So, wir gucken mal. Also oben sind wir jetzt mittlerweile fast am, am Finish sogar. So, gucken wir nochmal, was haben wir hier? Glass, also Glass. Ja, das ist ja okay. Das ist ja akzeptabel. Ui, und wieder nach unten. Das macht Spaß. Ja, das ist tatsächlich ein relativ befriedigendes Gefühl, dass wir jetzt wirklich endlich am, am Ziel einmal angelangt sind. Ähm, also zumindest am ersten Zwischenziel. Und wir somit, ähm, auf jeden Fall in der Lage sein werden, zukünftig sehr, sehr schnell, ähm, Sachen herzustellen. Das ist schon ganz cool. So, und die Quantum Query dürfte jetzt mittlerweile eigentlich auch wieder laufen. Wir gucken einmal nach. Ja, sieht sehr gut aus. Okay, und wir gehen nochmal nach oben. Was wir auf jeden Fall noch erweitern müssen, ist um die ganzen, ähm, Massive Storage Units. Ähm, das werden wir vermutlicherweise in der nächsten Folge dann nochmal mit angehen. Um, damit wir auch da dann halt ein entsprechendes Ergebnis haben. Okay, und wir sehen, achso, das wäre sogar tatsächlich auch, ist tatsächlich sogar noch eine einfache Möglichkeit. Hätte einfach die Kisten abbauen müssen. Ja, nicht, nicht, nicht alle und auch nicht so viele, aber. So, okay. Na, was sagen die FPS hier? Oh, 70 tropft ein bisschen nach unten, okay. Wow, so viel ist auch gar nicht mehr drin, okay. Dann ist das ja, das ist ja dann kein Problem. Okay, so nochmal einen, einen Schritt nach oben. Okay, das bedeutet hier haben, haben wir jetzt erstmal alles, was wir irgendwie gebrauchen. Hier würde ich sagen, dass wir das einmal intelligente Weise abbauen. Die Crafting Tables. Okay. Das war ja tatsächlich nicht so viel, okay. Das war ja einfacher als gedacht. Haben wir hier hinten jetzt noch irgendwelches Zeug, was irgendwie... Oh ja. Aber hier sieht erstmal alles soweit gut aus, ne? Das Ding ist auf jeden Fall ready. So, das ist mit dem Rottenflash, da haben wir momentan... Das müssen wir natürlich mal gucken, ob wir das vielleicht halt dann irgendwie ausgelagert bekommen. Noch. Das muss auf jeden Fall definitiv halt ausgelagert werden. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Was wir mit den Kisten hier natürlich machen, das ist natürlich auch die... Das ist natürlich die nächste Frage. Auch hier sagen, wir behalten diese Kisten hier. Ich weiß, da weiß ich es tatsächlich noch nicht. Also da habe ich tatsächlich noch keine Idee. Weil ich bin ein bisschen... Wie schon gesagt, ich habe mich hier erst ein bisschen umswitchen lassen. Und dem ich auch den Motto so ein bisschen erstmal auch für mich halt entdeckt habe. Aber ich habe mir gedacht, oh, okay. Das ist ja tatsächlich relativ easy zu machen. So, und wir sehen, 6% Fuel. Also da ist wirklich noch gar nichts Fuel. Aber dann vercraftet man ja auch nach und nach immer irgendwelche Sachen noch. Also das ist ja wirklich... Momentan überhaupt kein Problem hier. Müssen wir halt natürlich nur mal gucken. Wie wir das Ganze dann halt natürlich entsprechend dann auch unten auch noch aufbauen und so weiter und so fort. Also natürlich mal schauen. So, dagegen geht dann hier auch nochmal was nach oben. Okay. So eine richtige Item-Konduit-Verbindung gibt es hier. Also doch, gibt es eigentlich... Oh, das ist so kompliziert. Habe ich mir dabei gedacht. Na gut, aber wenn du nichts anderes hast, was soll man machen halt, ne? Also wusste ich jetzt nicht, dass WeFindStorage da so viele Möglichkeiten bietet. Weil ich, wie schon gesagt, erst mir jetzt vor kurzem angeeignet, das Wissen. Also wir haben ja gesehen, wie schnell das halt natürlich ging. Also das waren jetzt irgendwie 4, 5 Folgen. Hatten wir halt natürlich die Produktionsgeschichten halt schon ready. Also das war tatsächlich schon eine ganz coole Sache. Okay. Also wir sind sogar, ich würde fast sagen, wir sind sogar fast durch. Müssen hier nochmal gucken. In dem Ganzen. Aber es sieht soweit solide aus. Das ist tatsächlich. Okay. So, hatten wir hier noch irgendwie wat? Aber die Dinger können wir eigentlich nochmal abbauen. Okay. Aber ja, ich würde schon sagen, dass das okay ist. Klar, es ist 64. Okay. Wofür auch immer wir das benötigt haben. Aber okay. Okay. Damit. Ähm. Weiß nicht. Fehlt noch irgendwo was? Ich weiß das nicht. Haben wir noch irgendwo wat? Was wir irgendwie noch benötigen können? Ja, hier sieht es soweit ganz okay aus. Oh, oder noch? Ähm. Vielleicht ein bisschen Toast. Das wäre aber hier aber nochmal ganz tasty. Toast 22. Na gut. Okay. Schauen wir mal rein. Den Lachs. Oh ja, die beiden Dinger. Sehr schön. Ich gucke nochmal nach oben. Also ich kann es nicht erfassen, dass das jetzt alles sortiert und aufgeräumt sein soll. Bin begeistert. Ich glaube, dass das ist es sogar tatsächlich. Haben wir hier oben noch irgendwie was drin gehabt? Ne, da nicht. Da nicht. Elektrolytik Separator. Okay. Mechanism. Resonator. Hatten wir angefangen Stone Burnt? Ne. Das war's. Das war's tatsächlich. Coole Sache. Muss man sagen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall aufbauen. Und wir gucken einfach einmal, ob wir hier, so viele Eisenerze kommen hier nicht durch. Aber wir gucken mal. Sind hier irgendwie Maschinen? Eine Maschine ist hier auf jeden Fall an. Was wir, naja, gut. Wir haben jetzt halt natürlich zu der Query nicht die Top-Verbindung halt natürlich. Und wir sind dann nach wie vor beim Plus, Minus, Null. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall auch dann die Quantum-Storage-Units auf jeden Fall noch mit rannehmen. Und da einmal nochmal einen Look into die Quantum-Storage-Unit. Und ich kann mir das ja schon mal angucken. Es gab da nämlich den Exporter und Importer, gab es da, glaube ich. Okay, Construction Core, Improved Core. Das ist ja alles das, was wir hier schon mal hatten. Und Exporter und Importer. Muss ich mal kurz überlegen. Wie war denn das? Es geht ja immer um das... Man geht immer von dem Netzwerk aus. Das bedeutet, man braucht einen Import ins Netzwerk. Das heißt, das ist ein bisschen invertiert gedacht. Das bedeutet, man bräuchte einen Importer bei den Maschinen. Und das heißt, das können wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge mal ausprobieren und mal zusammen graften, ob das mit den Quantum-Storage-Units von Quantum-Storage vernünftig funktioniert. Und falls das irgendwie funktioniert, dann haben wir da auf jeden Fall definitiv einen sehr schönen Zugriff. Ich freue mich und worauf ich mich auch noch freue, ist, dass wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge wiedersehen. Wird mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich selbstverständlich. Natürlich kein Muss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.